Musik Yohoho Was geht ab, wie ist euch schon da Und zwar kommen wir heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute zeige ich euch die Top 5 Clips der Woche auf meiner Community Wenn ihr auch dabei sein wollt, sendet mir einfach in Skype einen Link von das ungelistete Video Ja, auf jeden Fall, ich blende erstmal den Skype Namen ein Ja, und dann sendet mir einfach den Link und dann seid ihr vielleicht auch dabei Es werden noch ein paar Informationen kommen, mittendrin auf Platz 2 zum Beispiel Ich werde mit meinem Clan auf jeden Fall so einen kleinen Cup veranstalten Und diese Infos kommen noch diese Woche Ja, auf jeden Fall, viel Spaß bei den Top 5 Clips der Woche Bis zum nächsten Mal und ciao Musik Musik Sieben Minuten auf Platz 5 angelangt Auf jeden Fall holt ihr wieder der nette Sharks Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einsenden Holt ihr da schon mal die ersten zwei Jetzt holt ihr die nächsten zwei Ja, das sind schon mal vier Dann holt ihr jetzt näher noch den fünften Den sechsten Und dann stirbt er, glaube ich, schon direkt Ja, auf jeden Fall ist das ein richtig geiler Clip Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einsenden Kommen wir zu Platz 4 Kommen wir zu Platz 4 Auf jeden Fall holt er der nette Sharks Auf jeden Fall Mehrere Leute weg Da hat er schon mal den ersten geholt Jetzt gleich holt er direkt den zweiten Aber er ist schon mega weak Ja, jetzt holt er den zweiten Aber er verfehlt ein paar Mal Jetzt holt er gleich den dritten Und dann holt er durch eine kleine Zeit Und auf jeden Fall Den vierten oder fünften war Das habt ihr nicht richtig mitgezählt Auf jeden Fall Hat er da mehrer Gold Auf jeden Fall Respekt an sich Und ja, das war jetzt auf Platz 4 Weil die anderen waren schon echt geil Ja, auf jeden Fall Kommen wir weiter zu Platz 3 Sind wir jetzt schon in der Top 3 angelangt Auf jeden Fall Top 3 Also, beziehungsweise Platz 3 ist I'm three easy though Das ist schon mal die ersten drei Die vierten, den fünften Auf jeden Fall ist das schon mal richtig geil Sechsten, siebten, achten oder sowas Ich hab nicht richtig mitgezählt Auf jeden Fall verdienter Platz 3 Probs an sich, bro Kommen wir zu Platz 2 Sind wir nun auf Platz 2 Auf jeden Fall holt er Blackweezer Beziehungsweise einer von Index Family Kommen wir mal zu Index Wir sind ein Call of Duty Clan Wir werden jetzt in Kürze Eintun hier veranstalten Seid auf jeden Fall aktiv auf diesem Kanal Jetzt hier Und ihr werdet die neuesten Infos Diese Wochen noch hören Ja, kommen wir zu Platz 1 Sind wir nun auf Platz 1 Auf jeden Fall holt er Molly Mock 3 Vier Leute mit einer Sniper in Destiny Ja, für die Leute, die Destiny nicht kennen Das sind auf jeden Fall vier Volltreffer gewesen Und man muss 100% treffen Sobald man in einem Kugel schon verfehlt Oder sowas Sterben die nicht Wondelt Und das waren auch noch Volltreffer Auf jeden Fall richtig geiler Platz 1 Ja, das war's mit den Top 5 Wenn ihr dabei sein wollt Sendt mir auf jeden Fall ein paar Glücks ein Ciao